hallo heute zum vollkommen sinnbefreiten schusstest ihr werdet was zu lachen haben wir probieren die gefährlichkeit von 9 mm p ak munition aus von diesen guten stücken hier seine geko also eine mittelmäßig nur eine mittelmäßig geladene kartusche wir wollen sehen was diese munition an obst anrichtet ich habe hier einmal eine sehr harte nektarine ich habe hier schon vorbereitet weil ich habe keinen bock hier dass ich die ganze sauer reiche abkriegt mal gucken ob ihr es dann alles auch so sehen könnt ich vermute es wird eine mega mäßige schweinerei probieren das mal aus geschossen wird mit rekord kopp da die ein sehr freien lauf hat das wird mega jetzt und jetzt probieren wir mal was passiert wenn ich die waffe ansetze kann sie da sehen früchte kompott ach du scheiße und alles versifft ja ich hoffe das beweist eindeutig dass der gasdruck einer schweckschusspistole nicht zu unterschätzen ist vielen dank fürs zusehen